Wie arbeiten die einzelnen Komponenten eines Computers zusammen und welche Auswirkungen haben schnellere Komponenten? Die Komponenten eines Computers lassen sich mit denen einer Küche vergleichen. In einer Küche fällt jede Menge Arbeit an. Damit die Gäste rechtzeitig ihr Essen erhalten, muss der Koch schnell arbeiten. Er sollte die Zutaten möglichst schnell schneiden und effizient portionieren. Beim Computer übernimmt diese Arbeit der Prozessor. Ein schneller Prozessor sorgt dafür, dass Berechnungen schnell abgeschlossen werden. Das ist wichtig, damit unser Film oder Spiel flüssig läuft. Je höher der angegebene Gigahertz-Wert, desto mehr Zyklen durchläuft der Prozessor pro Sekunde. Ein Prozessor hat außerdem mehrere Prozessor-Kerne. Wir sprechen typischerweise von Dual-Core, Quad-Core oder Octa-Core. Gibt es an einem Abend nur eine Tomate zu schneiden, bringen natürlich auch viele Köche nichts. Genauso sind viele Computerkerne erst dann sinnvoll, wenn diese auch parallel genutzt werden können. In einer Küche gibt es jede Menge Arbeitsflächen. Die sind wichtig zum Arbeiten und damit auch mal ein paar Teller halbfertig rumstehen können. In unserem Computer übernimmt der Arbeitsspeicher diese Rolle. Auf den kommt es an, wenn die Programme auf viele Daten zugreifen oder wenn wir mehrere Programme parallel laufen lassen wollen. Reichen die Arbeitsflächen nicht, muss ein Teil ausgelagert werden. Und so lagert auch der Arbeitsspeicher Teile der Daten auf die Festplatte aus. Deshalb kann es bei manchen Anwendungen etwas dauern, bis sie reagieren. Große Lagerschränke helfen, die vielen Vorräte, die man in einer Küche hat, zu verstauen. Für den Computer ist eine große Festplatte dann relevant, wenn wir große Video- oder Bildarchive haben, Geschwindigkeit spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Es gibt allerdings Unterschiede in der Geschwindigkeit der Speicher. Wir merken es sofort, wenn wir eine SSD, ein Speichermedium ohne bewegliche Bauteile, verbaut haben, statt einer traditionellen HDD, die Daten auf einer rotierenden Magnetscheibe speichert. Der Start des Rechners oder das Laden von Programmen geht dann deutlich schneller. Der Gast des Kochs ist gewissermaßen der Computernutzer. Wenn der Arbeitsspeicher nicht ausreicht oder der Koch zu langsam ist, wartet er lange auf sein Essen. Und sollte es beispielsweise zu einem Fehler in Gerätetreiber oder in der Hardware kommen, treffen wir einen alten Bekannten. Deine Bekannten Bis zum nächsten Mal.